Der heftig umworbene Offensivspieler Ante Rebic hat sich für eine langfristige Zukunft beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bekannt Der 24 Jahre alte kroatische Vizeweltmeister verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30 Juni 2022. Das gab Sportvorstand Freddy Bobic am Freitag bekannt. Er hat uns nicht nur zum Sieg im DFB-Pokal geschossen, sondern auch eine brillante WM gespielt Es gab sehr viele Angebote für ihn, und wir hätten locker eine Rekordzahme erlösen können Für uns ist es ein Meilenstein, einen Spieler wie ihn zu halten. Das macht uns sehr glücklich und stolz, sagte Bobic Rebic war unter anderem beim englischen Rekordmeister Manchester United im Gespräch gewesen Um den dynamischen Angreifer aber am Main zu halten, sind die Verantwortlichen an die Grenze gegangen, sagte Bobic, wir haben alles reingelegt, was wir reinlegen können Einmal beim Bekämpf ist es nicht so gut, wenn man die Grenze gegangen ist, was wir sehen, dass wir noch nicht so gut gehen können Seht 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 Seht